In diesem Video geht es darum, wie man diese Funktion hier ableitet. Also ihr habt einen Bruch mit einer Funktion im Zähler und einer Funktion im Nenner. Und das kann man mit den normalen Regeln so einfach nicht ableiten. Deswegen gibt es die sogenannte Quotientenregel. Und die möchte ich hier einmal erläutern. Die Quotientenregel sagt nämlich, wie man diesen Ausdruck hier ableitet. Und zwar ist es so, dass man trennt zwischen dem Zähler, den ich jetzt mal rot markiere, und dem kompletten Nenner. Den Bruchstrich könnt ihr schon mal hinschreiben. Und das Erste, was ihr machen könnt, ist, der komplette Nenner wird quadriert. Also x hoch 3 plus 1 zum Quadrat. Das passiert immer. Und in den Zähler kommt dann, man leitet den Zähler, hier oben das Rote, ab. Machen wir doch mal. Also x² plus 4 ableiten. Das sind dann 2x plus 4. Und multipliziert das mit dem Nenner. So wie der Nenner einfach ist. Also x hoch 3 plus 1. Dann macht man ein Minus. Und jetzt macht man es genau umgekehrt. Man schreibt den Zähler einfach genauso hin, wie er da steht. Jetzt auch nochmal rot. Also x² plus 4x. Und dann mal. Und jetzt leitet man den Nenner ab. Also 3x plus 1 sollen wir ableiten. Das sind dann... Äh, x hoch 3 plus 1 sollen wir ableiten. Das sind dann 3x zum Quadrat. Nochmal. Um so einen Bruch mit Funktionen abzuleiten. Quadriert man als allererstes den Nenner. Dann hat man oben im Zähler folgendes stehen. Man leitet den Zähler ab. Multipliziert das mit dem Nenner, so wie der Nenner ist. Dann macht man ein Minus. Schreibt den Zähler so hin, wie er ist. Mal den Nenner abgeleitet. Ich werde dazu noch ein paar Übungen machen. Aber das ist so die Form, wie man die Quotientenregel anwendet. gruppe 6, 3, 2, 1. N ح Lucz. Vielen Dank.